Ich seh mich noch nicht immer, weil irgendwas über meinem Kopf rumfliegen muss. Was ist denn das für ne Designentscheidung, dass da einfach über meinem Kopf dann Scheiße rumzieht, damit ich nichts sehen kann. Oh, was hinst du? Oh Mann! Besessener Mensch erweckt! Wie geil ich bin, Mann! Schon keiner, was hier los ist. Der Name ist so Scheiße allein schon. Besessener Mensch, ohohoho! Leute, ich hab aber was Gutes über das Spiel zu sagen. Und zwar, wir kriegen morgen den neuen Kühlschrank. Achso, was ist denn das damit zu tun? Du hast über das Spiel selbst gezickt, besser zu sagen. Du hast aber gar nicht gesagt, dass du was Gutes über das Spiel zu sagen hast. Das war halt... Ohohoho! ...Falls Advertising, oder wie man es nennt. Aha. Das ist doch lächerlich, ey! Guck mal, diese Gülle, die jetzt hier schon wieder vom Himmel runterfällt. Ja, das ist immer dasselbe. Macht das Sinn, jetzt hab ich hier noch mal einen Schaden bekommen. Ja, weil ich so blöd bist. Ihr blöden Viecher! Ach ja, hier! Stöpp halt, du Arschbesichtenkerl! Jetzt sieht der Ausfallcenter, er ist sich einen in die Hose gemacht. Ach nee! Dann du sagst, du musst es euch ja auskennen. Na klar kenn ich mich damit aus, ich bin Profi! Denk ich mir! Ah, was ist das? Blödsinn! Oh, hallo! Warum bist du hier alles voll da denn? Das macht gar keinen Sinn! Oh, Autsch! Ah, hier vögel ist schon wieder... Erstmal wenn du den Anderen, der die Scheiße macht, kaputt macht! Autsch! Wenn wir so wenig HP haben! Tut mir leid, dass ich euch... Oh, halt! Moment! Dieses Kramlingsbumsdach... Komm, komm, komm! Ey, sch... bald bin ich tot, ne? Ja! Nicht neu! Dann müssen wir jetzt da drin stehen bleiben, wenn sich das so füllen soll, Arsch! Ja, 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 ist ein Ort halt, ne? Wow! Es sind wir tatsächlich, was ich die ganze Zeit schon wusste! Seh ich da oben wegen dem Bildschirm nichts, ey! Was ist das? Dann müssen die Hunde dabei was machen auch, ne? Wir müssen beides machen! Viecher kaputt machen und da unten in den Kram! Lass halt die runterkommen! Wahrscheinlich ist das unsere Brücke oder sowas! Ja, wir müssen das halt machen, um hier weiterzukommen, ne? Ja, wir müssen das halt machen, um hier weiterzukommen, ne? Und solange wir das halt gemacht haben, kommen wir hier eigentlich weitergegen, ne? Wahrscheinlich! Komm, komm mal drüber! Scheiß auf ihn! Das ist ein Boss oder sowas! Ja, aber ich will ja nicht campen! Ich denke, wir werden ja nur campen müssen, weil dann irgendwann wieder so eine Abfahrge kommen wird! Ja, wahrscheinlich! Nein, nein, nein! Power-move! Ich drück du auf! Bin dabei! Pass auf, da kommen noch andere Scheiße! Bin tot, bin tot, bin tot! Ich bin auch tot! Oh, ich bin mit dem Ultrasenbein! So ist das gut! Das macht gar keinen Sinn! Du bist noch vorn, Jungs! Das heißt, wir müssen jetzt von vorne anfangen! Ja, Auftrag ist scheiter! So ist das Schlecht-Sinn! Du bist Schotkatze! Die Katze ist nicht schuld! Doch, die gucken, scheint sie ist schuld! Na und? Wir sind so blöd, um richtig rumzulaufen, ey! Oh, wir sind aber nicht am Anfang, immerhin! Ja, super toll! Vielleicht ganz praktisch und nicht direkt wieder zu Hause! Ah, ich hab's jetzt angepustet, jetzt umgefallen! Ich weiß ja, ich aber egal! Ach so, okay! Irgendwie ist das ohne Worte, ohne Scheiße, ey! Ich freu mich auf Diablo! Ich auch, muss ich sagen! Ja, vor allem, du hast ja die Abloot da sogar gar nicht richtig gespielt eigentlich! Ja, so richtig in den Rifts und so drin warst du ja gar nicht! Bisschen mal, ne? So ein bisschen in den Low-Level-Dingern! Und das da? Das haben die beschworen! Das haben die beschworen! Deswegen musst du die auch unterbrechen, Mann! Das haben die beschworen! Deswegen musst du die auch unterbrechen, Mann! Ach! Du Sack, ey! Ich bin schon wieder fast tot! Geh mal runter und mach da den Kram! Kann da nichts machen! Wenn du da oben rum machst! Friede! Wow! Es funktioniert tatsächlich! Was ich die ganze Zeit schon wusste! Natürlich! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Hilfe! Hilfe! So eine Scheiße! Was soll denn das? Bin tot! Bin tot! Ja, ich komm nicht weg! Bin tot hier! Hilfe! Das ist doch eine Rotze! Ich denke, wir müssen mehr die Gegner töten als da oben irgendwie! ganz da unten den Kram zu drehen! Ich muss eh beides machen! Ach nö! Ja! Aber erst die Gegner töten! Aber erst die Gegner töten! Weil so wie ich das sehe, kommt niemand nur wenn du gedreht hast! Den haben wir! Ja! Wir müssen das insgesamt sechsmal drehen! Ja! Das ist ein Scheiße! Mit schon fast da auch! Dreh das Rad und beobachtet was passiert! Weil jetzt kommt zum Beispiel ja gar nichts an, wenn der Dreh! Dreh halt mal! Okay! Kommt wieder nichts an! Dreh halt! Dreh halt! Massaker! Was mich stört ist, dass das einfach nur auf die Wellen halt funktioniert! Weißt du? Dass das nichts Innovatives hat! Nee! Das definitiv nicht! Das ist jedes Mal derselbe Rotz! Die gleiche Schwachsinsmechanie! Was man auch schon hundertmal gemacht hat! In jedem Spiel! Ja! Es ist überhaupt nichts Neues! Vor allem wenn man sagt zwar wenn wir never change the running system! Aber das ist halt schon einfach nicht mehr! Ausgelutscht! Ja! Es funktioniert einfach schon lange nicht mehr! Irgendwo! So! Noch einmal! Läscherlich! Wenn man weiß was man hier machen muss dann geht das auch irgendwie! An und für sich! So! Ich hab den Zauberer Zauber gemacht! Ich hab den Knie hier beschäftigt! Ja! Da rennt sogar die Katze weg! Ja! Uninteressant! Uh! In your face was! Boom! Face done! Alles gut! Endlich! Jetzt können wir doch einmal Rad drehen! Das heißt es kommt noch ein Boss oder so! Ne! Das war jetzt der Boss! Achso! Und erst selbst mal als gratis oder was? So ein Schwachsinn das Spiel ist! Ihr so schön Papier oder auch? Ja! Kann das ja noch ein bisschen! Satzfehl und Gelb ist deutsch. Sehr gut. Kann man gut gebrauchen. Ach, schon wieder, ach jetzt hängt. Ich bin du. Jaja. Jaja, ist echt so. Ach, das typische fällt was von oben runter. Uuuuh. Das ist doch die Klappe, ey. Irgendwann ist auch genug mit so einem Scheiß, ne? Ich glaub, dass das diese Legendary-Geschichte ist. Kann gut sein. Aber das ist trotzdem nötig. Weil anders macht es mir keinen Sinn, irgendwie. Das ist total lächerlich. Bist du da rechts oben? Du wirst sagen, ich glaub das spielt überhaupt keine Rolle. Kann gut sein. Ich glaub hier unten muss man lassen. Macht überhaupt keinen Sinn? Das ist voll blöd. Falls das nicht gewusst hast. Was? Das Rundgrenne hier. Ich finde auch die Grafik verletzt. Oh yeah, zwei Bosse. Wir haben ja eben schon bei einem Problem gehabt. Jetzt sollten wir einfach mal zwei fliegen. Da hast du schon recht gespielt. Würde ich auch so machen. Jetzt sollten wir uns auf eigen konzentrieren. So ein bisschen. Power move. Frauen tot. Ja, ich bin tot. Ich bin auch gleich wieder tot. Das ist nicht so gut. Da darfst du nicht rein drehen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Power move. Ich bin tot. Super. Haben wir gut hingekriegt. Was für ein Schwachsinn das ist. Erst kommt da oben diese Güllescheiße. Ich wollte grad sagen, wenn wir die Radscheiße wieder machen müssen. Wir müssen die Radscheiße wieder machen. Wir sind genau beim Raddings. Und ich glaub wir waren falsch. Ich weiß es nicht. Warum musst du ihn nicht mal unterbrechen. Wenn du nicht in der Nähe da stehst. Das regt mich schon wieder auf, ey. Das regt mich auf. Einfach nur. Das wäre nicht so schwer jetzt gewesen mit dem Rad. Ja. Ich bin schon wieder alt tot. Super gut. Blöde Katze, ey. Okay. So. Das müssen wir sehen jetzt. Ist das letzte Vieh Katze, sag ich mir. Das letzte Vieh. Schon klar. Wenn es nach mir ging, hätte ich schon längst verkauft. Dann wäre ich schon ein Schwimmmeister. Wie so ein China, das doch um die Ecke. Ja. Von meiner hin. Mal nachfragen. Hahaha. Die Leute heulen dann. Oh, dann kommst du denn so eine Katze zum Essen verkaufen. Gibt Geld. Hahaha. Das gehört Katze. Denken unsere Nachbarn, eine Katze hätte sie schon längst verkauft. Hahaha. Ich glaub die Kinder von der geben auch was. Die Kinder sind dumm. Das geht ja nicht. Ich hab mal in der Dokumentation gesehen, dass Chinesen zum Beispiel keine dummen Hunde essen. Hä? Ja, das wird so gesagt. Das ging zum Auskaufschüler. Da ging's um Auskaufschüler. Hahaha. Da hat er gefragt. Der ist hier wirklich Hunde und der Jahre nur Schlaue. Du wirst eh so einer der nur Dekos, äh, Dokus öffnet. Ich guck nur Dekos. Im Depot nach Dekos. Oh Alter, guck dir mal die Kerze an. Und der Halter dazu. Drück lieber mal du Vogel, statt dummen Ecke zu rennen. Du guckst doch wirklich den ganzen Tag irgendwelche Dokuscheiben. Das stimmt doch gar nicht. Ich guck auch Animes ab und zu. Wo denn? Gestern hab ich das von den neuen Animes, diesen Animes geguckt. Ich bin irgendwie tot. Das ist ja eh immer der, der tot ist. Jetzt sind wir hier eingeketzelt. Toll, dass du tot bist, ey. Super, wie soll ich denn hier jetzt was machen, ey. Das ist doch Scheißdreck. Und da hinten der Gimbo. Guck dir den an, wie er da hinten schon wieder seinen Scheißdreck abzieht. Die Execution. Auf die Fress. Power Move. Hau ihn jetzt mal. Hau ihn jetzt mal. Ich hab den dabei. Ich bin dabei. Ja mach auch mal Schaden. Ich mach Schaden. Alter, guck. Den interessiert das ein Dreck, was du da machst. Mach du halt Schaden. Du hast mir die Power Moose. Ich kann halt nix ohne Zauberkram machen. Ja, es wäre auch schon gefallen, dass du nicht kannst. Mhm. Das ist so Scheißdreck. Ja, ich bin der Nachkämpfer. Nach meiner Meinung, müsste man dann drei 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 treten. Und dann einfach schnell wegrennen. Mhm. Und dann schnell wegrennen. Ja man, so funktioniert das. Hat keinen Sinn. Wie bei Dings, wie in Akt 3 bei Diablo, wo du die Quests da machst, bei dem zweiten Ding, Katapult. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du bei Akt 2, äh, achso, gut, ich weiß, was du meinst. Da interessiert es eh niemand, was du machst. Achso, ja, bei Akt 2 Steinfall, irgendwie so. Akt 3, ne? Akt 3, ja, ja, was ist denn das hier? Das könntest du öffnen und drin stehen, dann kriegst du Damage. Gold natürlich, was man denn braucht. Oh yeah, man! Geilo! Also wollen wir da keinen Stoff richtig freuen. Ja, natürlich wollen wir da richtig. Ich hab gesagt, wir müssen da rum. Oh Gott. Du hast am Anfang gesagt, es ist scheißegal, wo ich rumgehe. Dann hab ich aber einen richtigen Weg gefunden. Ja, ja, jetzt wohl, ja. Das weiß ich ja. Das ist ja nicht der richtige Weg, da rumgehe ich dann weiter. Höchst ist der richtige Weg. Da ist noch eine Kiste. Da ist keine Kiste. Was ist denn das hier in der Mitte? Das sind die Bosse, dann ist das Spiel durch. Oh, scheiße. Ach, ihr Schweine, bügt mich halt um. Ich bin tot. Hisslmann, sagt der. Hisslmann. Ja, ja, ist der Kold. Hisslmann. Ganz Kold. Ganz Kold. Stirb, stirb, stirb. Oh je, oh je. Ach, ich wollte gerade Power Move machen, aber es ging nicht. Dann bin ich umgefallen. Jetzt warten die erstmal, bis ich wieder die Bench bin. Das haben die. Wir haben es dann gemacht, die Schweine. Wir haben es dann gemacht, die Schweine. Ach, weißt du was? Sterb doch einfach hier als Schweine, die Fiescher. Ich sterb jetzt gleich, ja. Ne, wenn. Natürlich sterb ich gleich. Und wenn du tot umfällst, bist du auch tot. Ist nicht zu geil. Ja. 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 Ich arbeite.